Erste Klausurtagung des neuen Kabinetts am Tegernsee. Im Mittelpunkt der zweitägigen Beratungen steht das Regierungshandeln in den nächsten fünf Jahren. Die Grundlinie, die ich in der Regierungserklärung gesagt habe, wird eingehalten. Es geht weiter, keine Schulden, Altschulden abbauen, hohe Investitionsquote, Stabilisierung der Personalquote, Berücksichtigung der Risiken, auch der Landesbankrisiken. Festgelegt wurden auch die Grundlagen der Finanzpolitik. Ja, wir tilgen Schulden. Wir haben ja jetzt ja insgesamt schon zweieinhalb Milliarden Euro getilgt. Mit der Folge übrigens, dass das zehn Prozent der allgemeinen Haushaltsschulden sind. Wir wollen den Weg fortsetzen. Allein mit dem Geld, das wir jetzt wieder zurücklegen, ist schon die nächste Schuldentilgungsrate finanziert. Wir brauchen aber auch Rücklagen, ehrlich gesagt, weil keiner weiß je, was beim Bankenbereich ist. Die Landesbank ist stabil, aber es gibt immer noch Altlasten. Also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das Markenzeichen aller Maßnahmen. Zu einem modernen Staat, und das ist das Verständnis und der Anspruch des Freistaats Bayern, gehört es, dass dereguliert wird und dass mit der Paragrafenbremse begonnen wird, denn bei den Gesetzen fängt es an. Der Grundsatz ist, wir brauchen neue Ideen und nicht neue Gesetze. Ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung, die innere Sicherheit. Bundesweit steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche. Auch für die bayerische Polizei eine Herausforderung. Wir müssen deshalb weiter verstärkt Personal dafür einsetzen. Wir werden auch 2014 sicherlich gezielt Kollegen der Bereitschaftspolizei dafür einsetzen. Vor allen Dingen müssen aber die Bürgerinnen und Bürger sich selbst gut schützen. Und jeder muss selber auf ein ordentliches Schloss achten. Jeder muss darauf achten, dass seine Fenster, seine Türen ordentlich verschlossen sind. Das sind immer leider immer noch zu viele Mitbürger, zu leichtsinnig. Bayern bietet innere und soziale Sicherheit. Hohe Beschäftigung und solide Finanzen, das ist unser hoher Anspruch seit vielen Jahren. Und hohe Beschäftigung schafft man mit Innovation, mit Investition, mit Bildung. Das sind die Instrumente dazu. Und da kann ja niemand bezweifeln, dass Bayern blüht. Und da kann ja niemand beliczen.